Jungs, danke euch und ich bin jetzt hoffentlich auch gleich bestmöglich vorbereitet, denn ich darf jetzt einen Künstler begleiten, der zu unseren erfolgreichsten DJs und Produzenten gehört. Er hat mit Weltstars wie Tom Jones, Sarah Brightman, NSYNC oder Mark Wahlberg gearbeitet und sie alle kennen seinen Nummer 1 Hit mit U96, Das Boot. Diesen Song performen wir jetzt gemeinsam. Harmonika meets Eurodance mit Alex Christensen und dem Berlin Orchestra. Das Boot. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Und ich hoffe, du bist einen Abend dabei und wir spielen das nochmal zusammen. Das wäre mir eine große Ehre. Vielen Dank. Für mich wäre es eine Ehre, mit dir Musik machen zu dürfen. Du hast mit den ganz Großen gespielt, dass ich das heute mitmachen durfte. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alex.